Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann, Heilandsworte Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbende bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal, opfern wir das kostbare Blut Und die Blutdrehenen dem himmlischen Vater auf Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens Und mit ihren Blutdrehenen, dass der Böse fängt keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Und ich kann sie retten, verkünde es, Heilandsworte Ich brauche Sühnerseelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter Amen Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi Und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria Bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig Wir lieben euch, rettet alle Seelen Besonders die Priestersseelen und die Gottgeweihten Mit der großen Bitte Diesen Liebesakt mit jedem Atemzug Mit jedem Vorschlag Tausendmal wiederholen zu dürfen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Hilfe auch uns eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden Amen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Erfach uns eine Herberge, für die Liebesklamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Und zu allen deinen Segen gib.